Samstag, 27.12. Es ist 12.33 Uhr. Ich bin vor zwei Stunden aufgestanden, starte in ein schönes Wochenende. Arbeitsreich wird es nicht. Dafür umso mehr Spiel und Privatkram. Einkaufen werde ich mir heute mal sparen. Die Menschen konnten ja jetzt zwei Tage oder besser gesagt zweieinhalb Tage nicht einkaufen. Die werden die Geschäfte wahrscheinlich entsprechend stürmen und Silvester ist ja noch ein paar Tage hin. Für heute ist eigentlich der große Plan nichts zu tun. Ich werde ein bisschen spielen, meine Blogs mit Inhalten befüllen. Ins Kino gehe ich heute Abend mit Julia und Andreas. Wir gucken uns den neuen Hobbit-Teil an, den neuen und letzten Hobbit-Teil. Ein bisschen gespoilert wurde ich da auch schon von Freunden, aber ja, was soll's. Und wir werden uns den Film nicht wie wahrscheinlich die breite Masse in 3D und HFR anschauen, sondern in 2D und ohne HFR. Zum Thema HFR kann ich ja irgendwann später nochmal was sagen. Ich mag's nicht sonderlich, sieht so unnatürlich aus wie Bewegung. Man kann sich wahrscheinlich dran gewöhnen, wenn man ständig guckt, aber ja, ist nicht meine Welt. Ja, ansonsten muss ich mal gucken, wie lange ich den Bart noch dran lasse. Ich hab ja bei Facebook gesagt bekommen, ich soll mich mal wieder rasieren. Und umso älter man wird, umso schneller wächst die Mecke wieder zu. Es ist noch erträglich. Wir schauen einfach mal. Also bis Silvester lasse ich das Ding wahrscheinlich dran und dann im neuen Jahr kommt die Matte ab. Ja, ansonsten gibt's eigentlich nicht viel zu erzählen. Ich melde mich morgen wieder. Ich versuche diese Videos dann auch immer, ja, auf eine Minute, maximal zwei Minuten zu halten. Und wie gesagt, sie sollen ja eigentlich zusätzlich zu dem Tagebucheintrag, ja, gemacht werden. Gut, dann wünsche ich noch ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Tage Ruhe, bis der Alltag wieder losgeht. Ich denke mal, die meisten von euch, die in Festherstellung sind, werden auch erst am 5.1. anfangen wieder zu arbeiten. Das heißt, auch nach Silvester ist noch viel Zeit, die Beine hochzulegen. Macht das auf jeden Fall. Ich werde jetzt mal kurz zum Späti runter mir ein paar Schrippen holen und dann, ja, mal schauen, was Steam so an Spielen noch hergibt. Also dann einen schönen Samstag.